Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zum 18. Video der Reihe Programmierschule. Heute befassen wir uns mit der Frage, welche Programmiersprache man zuerst lernen sollte. Dabei sollen zwei Bedingungen erfüllt sein. Die Programmiersprache soll leicht erlernbar und weit verbreitet sein, sodass man die neu gelernten Programmierkenntnisse rasch und universell einsetzen kann. Nach Abwägung aller Argumente gelangt man aktuell zu folgendem Ergebnis. Zuerst sollte man Python lernen und dann Java. Aus diesem Grund werden wir uns demnächst mit der Programmiersprache Python beschäftigen. Das war es für heute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, dann liken und teilen Sie ihn bitte und abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal. Vielen Dank. Applaus Applaus Vielen Dank.